Einzigartiger Präsident von Luzerbe-Fasskraftkomitee Patrick Hausen Ehrenfester Zugmeister zu Schafran und Fistpater Rolf Willimann Ehrenfester Weltzugmeister René Naya Großartiger Präsident der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern Linus Edelman Hochwohlmöglicher Dominus der Fidelbitas Luzernensis Michael Mattis Sehr geehrter Gallifater 2017 Jörg Köper Geschätzte Medienschaffende Werte Gäste Liebe Gute Nacht Seid herzlich willkommen im Schalanda